Ich zerfekt dich jetzt, ne? Du musst ganz kurz alle Spiele anmachen, oder? Das musst du ins Video mit reinnehmen, ne? Okay, mach ich jetzt auch, ja. Bist du Varios, Faranke? Ja, ich hab gewonnen, komm. Jetzt muss einer gewinnen, wenigstens, okay? Okay. Ah. Oh mein Gott. Ich hätte nicht... Lass doch mal spielen, bitte. Loser, Loser, Loser. Nein, Mann. Nein, wir haben gesagt einmal. Ja, einmal. Einmal. Oh mein Gott, nein. Und damit, äh, 3, 2, 1, Pädagogik Salon. Herzlich willkommen hier in der Pädagogik Zentrale. Ja, ich bin gerade ein anderes Kind, weil ich bin genickt. Äh, wir spielen heute eine Runde Bad Wars auf Revi. Und mit dabei ist der Varios, Saranke. Nein, eigentlich ist es mein Sohn. Hallo. Guten Abend. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. So, äh, ja, wir spielen jetzt eine Runde, äh, Bad Wars auf Revi. Bad Wars auf Revi. Bad Wars auf Revi, ja. Ja, weil er hat gemeint, er ist echt der Babo und dann, hab ich ihn halt eiskalt, hab ich ihn halt eiskalt, hab ich ihn halt eiskalt gefickt. Ja. Ja, und das lass ich genauso drin, ja? Ja, mag schon. Mini, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Also außer, dass ich deine Mama kennengelernt hab und dann wirklich gezeugt haben, aber... Ähm, ja, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, muss ich sagen, ähm, denn... Nein, Abend hab ich es auf Video geguckt, wer so streamt und da war so der Pädagoge und den kannte ich irgendwie von Logo ein bisschen, von den Videos her, und ich sag, jo, können sie doch mal streamstellt bei ihm was schreiben, so, und er so direkt, hallo Manny Mee, so, kann er mich auch so. Ja, so bin ich jetzt gekommen eigentlich. Genau, und dann haben wir festgestellt, ah, das war doch mein Sohn. Scheiße, was ist passiert? Ja, willst du mit drauf kommen, so? Ja, ich geh jetzt mal, ich versuch, also soll mich erst mal das Bett einbett bauen, macht man das nicht so? Ne, 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 ne. Oh, der ist runtergefallen, der Arme. Ach, scheiße. Wolltest du grad, dass ich einfach sterbe, du Penner? Nein. Aber was ist denn mit dir los, du warst mir mal sympathisch. Aber guck mal, der, der, der Iaglet oder One-Stackt hier irgendwie zu uns, ja? Ja, und? Und du stirbst einfach, du Trottel. Ja. So, was, warum geht hier keiner mehr zu Gold? Oder der hat halt Start gemacht, was? Oh, da hat jemand... Oh, du bist entlarvt und hast du Start gemacht? Nein, 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 die, ja, ja, die diskutieren die ganze Zeit darüber. Ah, wetten wir, ist ein Rehwi? Ne, Rehwi ist halt nicht da, das Info. Scheiße. So, ich hab keine Blöcke mehr, hast du noch Blöcke für mich? Hm, ja. Oder kommst du einfach auf den hier mit? Ne, ich geh auf den anderen da drüben. Ich hab das Bett noch nicht eingebaut hier. Ja, der da drüben auch nicht. Doch, was? Nein, hat er nicht, ich mach den jetzt fertig. Achso. Ja, also ich hab das jetzt vor. Okay, dann. Ob das glaub ist was anderes, aber... Mach einfach, passt schon. So, der sieht mich aber jetzt schon scheiße. Was mach ich jetzt? Da ist es nicht. Ah, fuck. Dude, geh mal weg da und man baust... Ne, man baust dich so scheiße ein. Ne, man baust dich so scheiße ein. Ne, man baust die ein, ne? Er ist runtergefallen. Ich will nicht sagen, aber der ganze Server ist geklappt. Ja, ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Ich hab' ihn! Mein Mikrofon ist irgendwo anders. Ich bin's nicht mehr. Scheiße. Mein Ständer ist umgeklappt. Das ist... Du musst das wissen, mein Mikrofonständer ist komplett broke. Und meine Haltung hier... Ich tu meinen Kopf fast einfach ne Brust hier dran. Das ist richtig ekelhaft einfach, das so zu spielen. Oh, sollen wir jetzt Mitleid mit dir haben? Ein bisschen. Ich hab' übrigens ein Bett abgebaut, ne? Das wollte ich schon mal gesagt haben. Du musst halt einfach die Maschine auf tun. Ja, das Problem ist, dass ich halt kein Eisen hatte. Und Lowlife war und deswegen gestorben bin. Also er lebt noch tatsächlich. Deswegen geh' ich da jetzt nochmal hin. Das Problem ist, dass es dem Gabe Maus abused. Echt? Was ist das? Du musst das dem alten Mann erklären, das weißt du. Ja, Maus Abuse ist, dass du über deine Maus streichelst und damit ca. 30 CPS hast. Aha. Und dadurch keinen Apple bekommst du. Aber da kümmert sich gerade ein anderer drum. Deswegen kümmere ich mich um den, der gerade da hinten lang gesprungen kommt. Uiuiui. Lass das mal dem Papa machen. Ey, willst du mir jetzt den Kill klauen oder was? Ja. Was ist denn los mit dem? Mein Kill! Tschüss! Ja, ist ja okay. Ja. Kritischer Hase. Ey, ich hab'n Kill gemacht. Du bist einfach heftig. Ja. Team Grün wurde vernichtet. Warum kriegt man da kein Geräusch, wenn man jemanden gekillt hat? Ich hab' den anderen. Okay, das ist nett. Ey, wir waren... Ey, wir sind voll die Maschinen. Wir sind einfach ne Maschine. Wir sind eine Maschine. Okay, ich würd' sagen, wir sehen uns in Runde 2 wieder. Bis gleiiiich! Halt der Maul! Halt einfach der Maul! So, da sind wir in Runde 2 schon wieder auf Platzangst. Und vielleicht... Ich hab' jetzt nen Kill gemacht, Leute. Also für die, die wissen, dass ich Bett was überhaupt nicht mag. Ich hab'n Kill gemacht. Und Bett abgebaut. Und das ist ein Mini-Skin, ne? Echt? Ja. Ja. Pokrex. Aha. Du hast gesagt, du sprichst das nicht an. Oh, stimmt. Scheiße. Also er hat nen kleinen Teddybär. Ja. Ja, ich bin's richtig klein Teddybär. Aber dafür auch. Auch ein ganz, ganz großes Plüschtier. Ja. Ja, ja, ja. Meine liebe Anaconda. Oh mein Gott. Das ist aber nur, wenn ich mit dir aufnehme, sprech' ich so, ne? Hallo? Hallo? Ja, das... Nein, du bist immer so. So. Stimmt. Aber ich bin ja normalerweise abgehoben in den Aufnahmen. Ah, nach den Aufnahmen immer was weißt du. Ach so, ja. Echt? Ich auch. Also mir wird auch schon gesagt, ich bin eigentlich voll das abgehobene Arschloch. Und dann dachte ich so... Hey, das ist doch der Mini auch. Dann laden wir den gleich mal eins zu ner Party. Ja, genau. Nehmen wir den Sohn und dann gleich mal wieder mit in die Party. Hab' jetzt mittlerweile schon zwei Kinder auf YouTube. Ja. Wer ist der andere? Thomas? Ne, Flo. Flo? Ja. Ist ein Kind von mir angeblich. Haben mir Zuschauer in die Kommentare geschrieben. Okay, dann ist es so. Es ist mir schön, dass Zuschauer immer mehr wissen als man selbst. Äh, vor allem braucht man ein Kind zum Spaß gehabt zu haben. Aber das ist was anderes. Äh... Ja, du hattest nicht Spaß. Ein bisschen mit drauf kam, bist du? Ja, ich hab grad nur unser Bett noch eingebaut und jetzt... Oh, was ist denn hier schon passiert, Alter? Ja, ist Party abgegangen, soll ich dir sagen. Mhhh. Ja. Der Grüne sieht aus, als könnte der schwitzen. Kann er das schwitzen? Hm, ich weiß es nicht. Ich hab halt nur noch 15 Blöcke. Ich glaub, ich mach immer einen Fehler und nimm zu wenig Blöcke mit. Kann das sein? Weiß ich nicht. So, geh ich einfach mal rüber. Ah, du gehst da drüben den gelben Gratz rasieren. Ja. Machst du's grad alleine? Brauch ich nix zu bauen. Boah, da krieg ich schnell raus hier. Okay, falls nicht, komm ich und hauen dann tot. Hab ich, hab ich. Hast du ihn gut. Ja, das Bett ist schon lange weg. Ah, okay, das ist gut. Dann geh ich jetzt grad aufs nächste, ne? Also ich hab jetzt noch 8 Blöcke. Ich kann mich jetzt einmal kurz ausbauen. Mach mal bitte? Ja, ich. Läuft. So, du hast ein paar mehr Blöcke gebaut, du mal. Komm, mach mal Sklave. Mach mal was für dein Kindergeld. So. Ich kann mich doch eh nicht. Stimmt. Ey, pass mal auf, der Grüne hat dich grad gesehen. Der findet es gar nicht so geil, dass du zu ihm kommst. Und der... Warte, 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 warte. Geh weg, geh weg, geh weg. Geh weg, einfach. Geh weg. Ja, Papa. Ich geh schon zurück, Alter. Warte, komm mal zu einfach. Ja. Oh Gott, nein. Ich dachte, er stoppt mich. Scheiße. Ich hab keine Blöcke mehr. Ach nein. Ja. Scheiße. Ey. Hat er dich grad... Achter, er kommt über dir. Tschüss. Ich hab dich mit runtergenommen, ja? Ja. Oh mein Gott. Du bist einfach... Maschine. Du bist einfach eine Maschine. Maschine. Gott. Ja, okay, ich baue jetzt extra noch mal. So, perfekt. Achso, du willst noch was zeigen, stimmt, in der Runde. Weil sonst heißt ja irgendwie gar nichts. Damit du dich... Damit du dich one... Damit du dich one... Ja, das ist nett von dir. So, guck mal, ich hab sogar ein paar Blöcke. Ich hab mir was zum Anziehen gekauft, weil nackt rumlaufen ist überbewertet. Ja, das macht man heutzutage nicht mehr. In meinem Kopf. Da kommt einer zu uns. Der hat einen Körper benutzen. Achtung. Vor dir, vor dir, vor dir. Sag mal... Ey! Ich hab mich grad equippt. Das kann nicht sein. Ne, das find ich nicht okay. Schreib mir das, schreib mir das. Schreib mir das im Gesicht. Oh mein Gott, wie close. Etta. War denn da ein close, Alter? Das war ja nicht mehr Miroslav. Etta. Find das nicht okay. Manche Leute arbeiten noch viel Geld, grün. Ja. Erkannst du dich zum Eisenbahn? Etta hab grün noch nie gemocht. Wenn du sagst, Timmy. Oh mein Gott, ich bin durch... Ey, wenn der Grün jetzt zu mir kommt... Oh mein Gott! Hätte ich das? Oh mein Gott. Hätte ich dich heute erwartet, hätte ich Kuchen da, meinst du? Nein, aber ich hab so übelst zu den krassen Dings ausgelutzt. Boost, so. Aber ich bin dann trotzdem gestorben. Oh krass, hier ist Eisen. Ganz viel. Kauf mal was schönes für uns beide. Kannst du mir... Ja. Okay. Ich baue mich mal zum... Ey, darf man sich hier noch zum Gold bauen? Ja. Okay, das mach ich grad mal, weil so viele Blöcke hab ich nämlich letztendlich noch. Aber dann werden die los schreiben gleich in Chat, ne? Echt? So. Hab dich auch schon ein paar mal geholt, Mini. Ja. Aber noch nicht gebunden anscheinend. Aha, ich hab 28 Gold, davon kaufe ich mir jetzt einen Bogen, Alter. Okay. Ich muss das mit dem Grün badern. So, wenn ich mir jetzt einen Bogen kaufe... Ah ne, ich kaufe mir erst mal einen Eisenschwert und dann kaufe ich mir einen Bogen. Ja, ich muss das mit dem Typen ballern, der gesagt hat, dass er mich schon ein paar Mal geholt hat. Oh, weißt du was das Problem ist? Ich hab nur einen Pfeil. Ja, du hast Unendlichkeit hier drauf. Ja, aber ich hab nur einen Pfeil, ich hab aber zwei Bögen gekauft. Ja, dann ist doch nicht das. So. Was ist das denn für einer? Suicide mich und denkt, er wäre cool. Siehst du den Pfeil? Ich hab, oh mein Gott. Ich hab, er meinte dich, nicht? Ja, wenn er von Gott spricht, meint er eigentlich mich. Mhm. Aber... Mein Gott. Wenn ich immer nicht flieg. Finde ich gut. So, dann haben wir nochmal einen Schutz. Ja, perfekt. Ich würd sagen, wir greifen jetzt einfach mal an. Ah ne, wir nehmen uns noch zwei Eisen mit für nur Spitzhack. Ich glaub, die kostet hier auch zwei Eisen, ne? Ja. Weiß ich nicht. Ja, doch. Doch, weiß ich. Von Fix hab ich gelernt, dass man sich immer ganz viele Blöcke kaufen soll und auch einen Knockback-Stick mitnehmen soll. Ja, uns ist glücklich einer. Hab ihn. Ne, der wollte mich grad, alter. Wenn ich keine Angst habe, bin da. Okay, ja, manchmal muss man auch auf sich selbst vertrauen, das weißt du, ne? Ja, das stimmt natürlich. So, und safe, safe is safe. Wir bauen die Base ein. Safety first. Safety first. So, jetzt gehen wir mit. Wenn wir jetzt drauf gehen, Leute, war's schön mit nem Bogen und nem Schwert. Falls wir das schaffen, schaffen wir das, ne? Wir haben das Blätterrecht noch nicht eingebaut komplett, ne? Ey, das ist geil. Oh, du hast so ne Leiter hängen gebaut, das find ich aber nett von dir, so. Ja. Hast du auch die Sicherheitsaspekte beachtet? Perfekt. Du hast deinen Helm. Ähm. Oh mein Gott, wie er sich jetzt fühlen muss, wahrscheinlich, weil er mich outplayed hat. Autsch. Wenn dann kommt da irgendwas im Chat oder so? Ne, oder das kommt mit Flame, weil du mit Bogen spielst. Hehehehe. Und dann noch sau schlecht. Entschuldigung, kannst du bitte mal runterfallen? Das zählt als 360 Mini. Digga, weißt du, wie er sich fühlt jetzt so? Ja, ja, wahrscheinlich sehr gut. Ja, Mann. Ich sollte vielleicht ein Stück runtergehen, weil der will grad, der will mich grad holen. Ja, ich hab ihn getroffen. Uh, ist runtergefallen. Wir sparen mal diesen Fake Bob, der muss down gehen, würde ich sagen. Das ist der Lila, ne? Der oben war. Ja, der hasst mich jetzt. Nein, der grüne, der grüne. Wo ist der? Der ist One Stack, rechts. Äh. Rechts, rechts, rechts. Scheiße, wo? Ah, da kommt er. Hi. Hab ihn. So. Mein Gott, Mann. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aula. Nein! 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 Du Fiiiip! Entschuldigung. Alter, mich nerven solche Leute die ganze Zeit so einen Chat schreiben. Das provoziert einfach dermaßen. Jaaaa. Aber wir müssen das jetzt gewinnen, ne? Weil du hast gesagt. Ja, das geht schon. Ja, wir gewinnen das auch. Ja, ich wollte das nur gesagt haben. Du wolltest noch ne zweite Runde haben, weil du in der ersten Runde so schlecht starr standest. Ja. Ja, und jetzt gewinn die Runde auch, ja? Mach jetzt mal was für dein Geld. Ja. Du kriegst gar kein Geld, stimmt. Hm, passt schon. So, aber ich bin jetzt ein ganz großer Arsch. Ich baue mich jetzt einfach unten lang. Ach du. Let's roll. Ja, ich baue mich jetzt erstmal zum Gold. Und ich schreibe jetzt gleich was zu den Dings, zu den grünen. Aber die haben auch, die haben Dingsbums, ne? So, ich hab nen grünen gekillt. Ja. Nein! Ich war grad bei lila am Bett! Fucken! Piep! So. Derselbe Weg, äh, Mini, du kannst direkt... Durchmarschieren! Äh... Warte, ich muss... Äh... Ich musste bloß noch kurz zum Typen zurück provozieren. Okay. Weil er flimmt die ganze Zeit, aber trotzdem verliert er. Wir brauchen ein Schwert, weil dann kommst du direkt durch. Die haben das eingebaut. Ne Kopps? Ja. Und der kommt... Ah ne, du bist das gerade, ne? Der in der Mitte ist. Ja. Okay. So, dann komm ich grad mit, würde ich sagen. Ich hab aber kein Schwert. Hast du ein Schwert? Mein Gott, ich bin down. Ich hab ja nicht gedacht... Ich wusste nicht, dass er mir down gehen kann oder hochkommen kann. Okay, ich hab einen von... Ah! Ich hab einen nochmal gehittet! Easy! Iiiiihihi! Rein zu jumpen. Äh... So. Blöcke kaufen. Äh... Einen Stick kaufen. Warte mal... Ich mach das Bett einfach auf da. Ich hab 13 Tage... Ah, nice! Oh mein Gott! Aber ich bin... Oh mein Gott! Das ist mir runtergefallen. Ja! Oh Mini, was machst du denn? Schlechte Aufnahme. Ja, aber was ist denn los mit dir? Ja man, er hat... Ich dachte, er kriegt einen Hit beim Suicide. Du hast ein Problem mit deinem Ständer. Das ist das erste schonmal. Das ist das erste, was er mir heute in seiner... Was er mir erzählt hat. Thomas, ich hab ein Problem mit meinem Ständer. Okay. Alles gut und schön, dass er mir das erzählt. Und dann kommt sowas, ja? Der hackt, Mann! Nein, der hackt nicht. Du bist immer nur schlecht gerade. Ich dräng dich jetzt mal an. Nein, so der Rage, Dinger. Hast du dich schon mal gesehen? Ja, natürlich. Hast du die Anzahl an Blöcken gesehen, die der Rage hat? Ja, natürlich. Du kannst halt nur nicht... Oh, ich hab meine... Ich hab meine Blöcke vergessen. Warte. So. Guck ihn dir an. Guck... Hahaha! Ey, was ist denn das bitte? Ne! Ne! Haben wir ein Ledged, ne? Das ist sowas von Ledged gerade. Alles klar. Ne! Du bist einfach schlecht, Mini! Ja! Ne! Das ist doch kacke! Sowas ist echt kacke! Ja, komm. Ja, wir müssen Sucker down gehen. Er ist down gegangen. Wenn mein Ledged zu schlecht ist. Oh! Sooo! Dann nehmen wir das hier. Wir kaufen uns das hier. Danke, Revi. Und das hier. Dup, dup, dup. Was kann Revi dafür? Revi ist doch gar nicht da. Ich hab einen Blocksafe gemacht. Und Revi hat den Block weggepackt. Ja, das ist gut so. Weil die wissen, dass du nichts kannst. Und deswegen hast du es nicht verdient, Blocksafe zu machen. So. Hast du jetzt davon, ne? Arschloch! Piep! Oh mein Gott! Wir müssen deine Zuschauer denken, wie viel schlecht ist. Unglaublich. Ja, Leute. Deswegen. Ich dachte, ich will Mini eine Runde Badwurst. Aber wir gewinnen die Runde, ja. Ja? Ja? Sicher? Okay. Bist du auf der Gamescom eigentlich? Ja. Sehr gut. Falls du verlierst, musst du den Burger auszahlen. Der Burger bezahlen, ne? Er spammt. So. Dann nehmen wir uns das mal mit. Wir nehmen uns noch eine Spitzhacke mit. Die spammen. Ja, natürlich spammen die jetzt. Du bist spammt. Ich hab nicht spammt. Ich hab nicht spammt. Ich kann auch spammt. So, warum geht denn nicht einer von uns oben lang? Ja, weil du uns unterschließt direkt. Meinst du? Ich mach es im Bow Battle jetzt. Na, da kommt der Hacker. Da kommt der Hacker. Lass den erstmal herkommen. Wir rasieren den. Ja, coole Flammeffekte auf meinen Bogen. Echt? Oh, nice. Gott, Partikel. So, weißt du? Ich hab ihn da unten. Hast du ihn? Ich geh ihn doch mal oben lang. Vielleicht kann ich sie von... Ist das eigentlich ganz so geil? Kann ich sie von oben direkt runter? Mit einem Shot? Ja, mach mal. Ja, mach mal. Dann komm ich... Oh nein, der Hacker kommt schon wieder. Ja. Der holt Gold, der... Der doofen Mann. Schieß ihn doch weg! Mini! Ja. Das ist nicht der Hacker. Der andere hackt rein. Die hacken beide. Nein, der eine ist gleiche. So. Nein! Was ist... Ey, komm. Ich war vier Blöcke... Bestimmt vier Blöcke von dem entfernt. Ja. Das ist nicht nett, was der gemacht hat. Mini, kannst du vielleicht von oben agieren? Weiß nicht. Ich glaub das. Und hier, der ist gerade. Aha, gut. Dann... Problem bei mir ist halt, ich hab grad keine Rüstung. So, und der hat einen Bogen. Ja, aber der Bogen muss jetzt weg von dem. Ist wichtig. So. Haben wir eigentlich... Wie kann man sich noch dahin... Wie... Wie... Wie gibt's... Was gibt's denn hier noch auf Rewe für Möglichkeiten, um dem sein... Um dem ihr Bett wegzusprengen? So. Wegzusprengen. Also sprengen wir TNT. Aber... Lohnt sich TNT zu holen? Wahrscheinlich nicht. Ähm... Ich würd dir ja vielleicht was... Meine Ahnung... Stärke empfehlen. Mhm. Dann gehst du da rein. Klatsch da rum. Wir sind ja schon eingebaut eigentlich. Haben sie selber eingebaut. So. Wir versuchen jetzt mal nochmal so rein zu gehen. Warte. Wir kaufen uns noch eine Spätsacke. Danke. Ich war schon an dem im Bett. Das ist doch... Das ist die Scheiße daran. Ich warte... So raus aus der Base können sie eigentlich nicht. Weil ich sie dann direkt spämen. Ja. Somit kann aber von uns keiner rein in die Base. Doch. Das schon. Wenn du von unten kommst. So. Ich versuch's jetzt nochmal. Weil das wird wahrscheinlich wieder nix werden. Ja. Warte. Du sneakst einfach dann ganz da vorne oder so. Weißt du? Dann baust du die aber außenrum lang. Weißt du? Weil die sehen das ja nicht. Jetzt haben sie mich aber gesehen. Boah. Warte. Ja. Den einen hab ich. Den hab ich auch. Ich hab beide. Komm rein mini. Ja. Okay. Warte. Ja. Achtung. Jetzt häng ich im Corkraft drin. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Da kannst du nicht down gehen. So schnell. Ja. Aber das Problem ist, dass ich erstmal in das Bett ran muss. Und das sind lauter Eisenblöcke. Ich bin weiter down. Ja bin sie down. Oh ne. Was ist denn mit euch beiden Mädels? Komm. Komm wieder her mini. Schnell. Komm 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 komm. Bau Blöcke vor dich. Vor Blöcke bau dich ein irgendwie. Ja. Geht grad nicht. Komm Papa. Schnell ich hab noch ein paar Herzen. Was was was. Komm. Oh oh. Nein. Ich kann echt. Nein. Jetzt sterbe ich. Ich hätte mich dürfen nicht. Nein 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 nein. Oh. Was ist das jetzt? Mini. Bitte hilf mir. Ich hab's Bett. Ah. Ich hab's Bett. Nice. Gut. Ist ja schon. Nice. Schau mal. Ja ich hab einen. Ich hab gesagt. Ja. Wir haben's. Wuh. Chi Chi. Und ich würde sagen. Check auf jeden Fall den Mini mir ab. Der ist in der Beschreibung verlinkt. Das ist mein Sohn und Mann. Und ich würde sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao. 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 Ciao.